Hä, ich kenn mich nicht aus, wie geht das so? Ah, hilf mir! Hallo! Ja, ich komm ja schon, warte! Hilfe! Hilfe! Ach so. Ja ich komm schon. Brumm! Brumm, 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 Brumm! Ach der Glückliche! Ätisch! Slow Mo um hat die in händen in der hand wenn es ist ein Gerät diese schreckt genau der eine so Ah, da kommt der Polizier nicht hinterher. Aha, okay, alles klar. Passt. Flughafen! Du bist sicher, es ist ein guter Pilot, oder? Ja, ziemlich sicher. Komm schon, Mann. Du weißt, ich bin kein Fan der Heiz. Keine Angst, Emily ist ein guter Pilot. Sie war praktisch auf einem Flugzeug. Das ist nett. Mexiko. Mexiko? Du musst mich aufhören. Das ist weit zu weit. Ich bin nicht nach Mexiko. Emily, du weißt, ich immer guter Geld. Wenn du zu Mexiko bist, du musst mir viel mehr Geld Geld verdienen. Wir verdienen Geld. Wir nehmen uns da. Geld, oder? Du gut für das, Vince? Ja, ja. Wo geht's? Wo denkst du? Mexiko? Komm schon, Harvey. Du musst mir glauben. Ich sage dir die Wahrheit. Ich würde niemals sagen, was ich nicht sagen würde. Ich würde niemals sagen, was ich sagen würde. Sie wissen, dass ich nichts sagen würde. Sie versucht, mich zu sagen, was ich nicht sagen würde. Aber ich habe nicht. Das ist nicht das, was ich mache. Du wißt, das. Du wißt, du musst mir glauben, Harvey. Ich versuche, bitte. Bitte. Ich versuche, ihn weg. Oh, danke. Danke. Oh, Gott. Du machst das richtig, Harvey. Du bist gut, Harvey. Du bist gut, man. Du bist gut. Du bist so viel. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Was denkst? Wir brauchen mehr Menschen. Er kommt. Wir brauchen mehr Menschen. Wir brauchen mehr Menschen. Wunsch auf. Alles. Das ist so. Aber was passiert? Denk dir so. Aber das nichts. Oh, oh, oh. Nein. Nein, nein! Hey. Hier ist es. Hey, Vincent. Die ist sehr schlappig. Sie bleibt in Form, die Wester. Sie könnten auch hier eine Parachüte kommen. Das würde Sie viel näher kommen. Nein, danke. Ich bin nicht gut mit Heiden. Whatever Sie wollen. Wait, Emily. Sie haben hier Parachüten? Ich habe. Oh nein, Vincent. Sie sind verrückt. Sie wissen, wie viel Zeit das uns verlassen würde? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie gesehen eine Parachüte vor. Es ist nicht so schwer. Sie einfach ein Kord. Right, Emily? Well, tecnicamente, Sie sind richtig. Komm schon. Was sagst du? Hast du eine große Grieken-Erfahrung? Hallo? Du kannst das. Komm. Das machen wir eigentlich. Das machen Sie. Ah ja, Leo? Dieses Pilot in... Ah ja, Leo, Weg. Verdammt. Der Weg. Flugzeug landen, durch den Dschundel, wandern. Oder lieber Falsch im Sprung. Egal. Wir verkannten so oder so. Also nehmen wir deinen Weg. Das ist cool. Ah, okay. Ah komm. Ach so, das bin ich. Hey! Das ist cool. Ach so. Ach so. All right, all right. Ich meine... Wie schwer kann es sein, richtig? Nein. Ach so. Du kannst es herausfinden. Du kannst es herausfinden. Hey! Das ist gar nicht lustig. Relax. Ich zeige dir die Basis, bevor wir gehen. Ja, du bist besser. Du bist jetzt kockierig? Was? Nein. Alles klar. Ich zeige dir die Basis. Ich habe das. Gut. Emily? Ich werde die Fuel. All right. Okay. Wuhu. Sorry, das ist... Es ist... Es kommt mit uns. Just get it on the plane, okay? Got it. Boah, was für ein starker Mann du bist. Guys, können Sie bitte mein Logbuch finden? Logbuch. Ich habe das Logbuch. Oh, oh. Was ist das? Ähm. Oh, was? Was? Oh, ja. Dahn, 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 dahn. Hä, lol! Ernsthaft? Ja. Äh, welches Spiel ist das? Hä? Wie? Hä? Was macht man da? Hä? Was ist das für ein Spiel? Hä? Ah so, das ist irgendwie... Ah, du hast den! Did you see that? Shit! Fortschritte! Fortschritte! Nice! Haha! Das ist doch kompliziert zu spielen. Hehehe 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 Oh Gott Hehehe Hehehe Na, geh rüber! Hehehe 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 Das ist... Nein, das ist... Das ist... Das ist... Das ist actionreicher als Overwatch Hehehe 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 Wie hast du... Ich weiss... Yeah Hehehe HeIch hab's getroffen Das ist ein Bug Das ist ein Perfect Araw Hehehe 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 Mann! Wieso geht das nicht drüber? Ping... Pong... Pink... Man sieht, da sind wirklich... Da sind wirklich Bugs eingebaut Man manchmal glitcht das durch Weil es ein altes Spiel ist Wie es ja normal, da sao es ein buquen 5 glitch Ach komm! Nein! Einen Punkt noch! Mach mal! Mach mal! Hey! Nein! Juhu! Ich will nicht darüber sprechen. Ah, Mann! Leute! Komm schon! Moment! Ich habe es! Warum? So! Was? Das muss rein! Tschüss! Was? Achso! Kommst du bitte kurz dann? Achso! Da drüben! Nein! Da muss man nicht! Ich mach das! Ich kann das! Ich kann das! Ich 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 ich! Juhu! Ich kann das! Es tropft! Gute Idee! Wieso macht es hier eigentlich nichts? Sie muss es noch nicht fliegen! Das sollte doch reichen! Naja das Flugzeug fliegt ja! Sie lenkt ja das nur! Leute! Kannst du bitte mein Logbuch finden? Ach! Halt die Klappe! Ich hab's doch schon! Warte! Ich tu noch den Probeller an! Irgendwie! Geht das? Geht nicht! Geh noch kurz auf die Toilette! Okay! Ich gebe ihr mal das Logbuch! Warte! Warte! Ich muss kurz entspannen! Warte! Ich muss kurz entspannen! Almost there! Oh! Das war knapp! Und das mit Gegenwind! Schon oder? Oh! Das hast du sehr gut gemacht! Geh weg! Super bist du! Echt toll! Es geht nicht! Das ist verpackt! Woah! Ich mein! Mach das jetzt mal nach! Komm! 100 Punkte! Geht schon! Ich schaff das! Wie! 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 Fünf Punkte! Das glaube ich nicht! Ach guck! Viel zu wenig! Viel zu wenig! Viel zu wenig! Komm! Geh weg! Ich bin dann auch weggegangen! Wie! Wie! Okay! So! Da 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 da! Guck! Guck! Hallo! Ach komm! Schießt er endlich! Wird's bald! Ach komm! Komm! Lass mich! Das ist nicht besser! Schneller! Das kostet extra! Langweilig! Hast du's dann? Ich hab zu! Ich hab zuerst auch gewonnen! Ja ja! Wo ist denn das WC? Der hat nicht einmal ein WC! Huch! Ich verschwinde! Helikopter! Das ist viel besser! Das ist tausmal besser! Ich nehme ein Heli! Ich kann das! Das ist besser! Nein oder? Das geht uns nicht oder? Komm! Komm! Es wärs jetzt! Ah! Ähm! Ich kann mitfliegen! Tschüss! Was? 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 Was der Klumpf wohl macht? Ich äh! Ähm! Ähm! Oh! Okay! Oh! Hey! 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 Tja! Ich hab's versucht! Einfach dass es geht! Mayday! Du bist beinahe geflogen stand da grad! Wie geil! Einfach dass es geht! Das ist schonmal cool! Dann so wow wow! What are you doing here? Wow wow! Oh schade! Können wir nicht durch! Aber cool dass sie das eingebaut haben! Ja schon! Ja! Es wird Zeit oder? Tun wir mal kurz Hände waschen! Ah ich brauch das nicht! Michtige Hygiene! Leo let's go! Get in the play! Ja komm Leo! Alle warten wieder auf dich! Muss gut ausschauen! Muss gut ausschauen! Wo ist denn hier eigentlich die Kamera? Ich mein hier war ja ständig ne Kamera! Weißt du? Na ja von Anfangsbildschirm ist ja das Flugzeug vom Anfangsbild! Achso! Ja! Und ich hab immer gedacht da ist ein alter Herr am Flug... äh am Steuer! Weil wegen der Haare und so weißt? Ja stimmt! Ja ich seh dir gut aus das weiß ich! Ich trink noch kurz was! Äh es gibt Becher! Ich brauch das nicht! Ich brauch das nicht! Du warst zuerst beim Waschbecken da hättest du dir auch das Gesicht waschen können! Ja! Moment! Gibt es was zu essen? Was ist das denn? Nein! Ok doch nicht! Wir sagen schon WTF ist das denn? Sag ich auch immer zu Gemüse! Ja! Ich glaub wir könnten starten! Ja! Wir warten! Passt! Ich bin auch bereit! Okay! Let's go! Spannende Musik! Ich weiß nicht! Ich darf nicht fassen! Huuuii! Ladies and Gentlemen! Sie haben jetzt die Möglichkeit zu holen wäre Ware einzukaufen! Hat jemand Lust auf Musik? Spacetaxi Hallo und herzlich willkommen zu der 9, let's play here. Okay. Cool. Nervous? Muss ich immer noch. No. Nein. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? Natürlich. That's good. Yeah. Das ist ein sehr interessanter Bart. Danke. You know? I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. You should write her a letter. What? Look. I don't mean to interfere. But I had a similar situation with Linda. So I decided to write her a letter. And it worked. I laid it all out. And she gave me a second chance. You know? I'm just saying that writing a letter really helped. You know? I mean. Of course. It's up to you. I mean. I'm just saying that it worked for me. But it doesn't have to. You know. Anyways. Look. I'm just saying. Always a good thing. That's all. You feel me? Yeah. Well I'm not really the writing type. Yeah. Yeah. I mean. It was just an idea. It's just. Anyway. Congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. 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 Yeah.